Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Diablo 3, Season 4. Ja, ich habe übers Wochenende war ich weg bei meinem Vater und habe dort Diablo gespielt mit dem, ähm, ja, Dämonenjäger und, ähm, das ist, äh, 9 Season und ja, jetzt habe ich ungefähr, ähm, wie viel waren es, ungefähr 30 oder 40 Paragon Level geschafft und, ähm, hab mal auch das Set fast komplett, ein Teil fehlt mir noch und unheilige Essenz habe ich dann bald komplett, dann werde ich nämlich auf Multischuss umändern, um, ähm, switchen, aber, ähm, ja, da muss ich noch ein Wochenende nach Hause, also, ja, zu meinem Vater nach Hause. Und das, ähm, ja, wird momentan nicht so, also, dieses Wochenende wird es nicht sein, nächstes Wochenende wahrscheinlich, weil ich dort eben nur, ähm, Diablo 3 spielen kann und Minecraft, ähm, mache ich das dort. So, aber bei uns, beim Let's Player Charakter, haben wir das letzte Mal, ähm, Rifts gemacht, 2, glaube ich, im Stück und dieses Mal machen wir wieder Kopfgeld, leider schon wieder Akt 5. Es ist immer Akt 5. Wieso habe ich immer Akt 5? Also, wir machen, was haben wir noch nicht, Kardium haben wir doch dann gemacht, oder? Akt 5, Kardium, oh komm, Akt 4. So, was müssen wir hier töten? Tötet Hammer, tötet Ära, Anhöhe, kein, okay, Hammer ist keiner, ära ist keiner, kein Boss besiegen. Hm, okay. Also, dann machen wir hier weiter. Hier müssen wir, äh, zweite Ebene gehen, okay. So, geht relativ schnell bei ihm, muss mich zuerst wieder, ein bisschen gewöhnen an die Schnelligkeit. Beim Dämonenjäger mache ich eigentlich immer hohe Rifts, weil ich sowohl die Items schon habe. Da geht's nicht so schnell, weil die Bosse, vor allem die Bosse haben das sehr viel Leben. Und hier haben wir wahrscheinlich nicht mal die Bosse viel Leben. So, weg da. Ah, guck mal, da ist einer. Ja, okay. Geht noch mit dem Leben. Schon ein bisschen einfacher als auf hohen Ski-Rift-Levels. Was? Ein Hand. Ja, wäre schon ein bisschen besser, aber wir haben noch keine Dinge. Kein Edelstein, nix. So, dann gehen wir jetzt in die Ebene 2. Ah, da ist noch der Ding. Ob der droppt, glaube ich, noch nichts, oder? Ich glaube, der droppt noch nichts. Das ist ein Schlüsselwächter. Ja, ich weiß, dass hier jemand rumkommt. Muss es nicht wissen. Ja, nicht zu viel casten, bitte. Ja, droppt noch nix. Noch kein, ähm, dieser Schlüsselsteine. Früher waren's Schlüssel. Und jetzt sind's nicht mehr Schlüssel. Das geht mal gar nicht. Alles wird geändert bei Blizzard. Hm, ich habe immer noch diese unnötigen, ähm, legendary, ähm, Handwerksmaterialien im neuen Season. Ich kann die einfach nicht fortschmeißen. Auch wenn sie grau geworden sind, und das heißt ja, dass sie unbrauchbar sind, kann ich die einfach nicht wegschmeißen. Ja, weil wir hier alle besiegen müssen. Muss ich noch nach rechts gehen, runter. Hm. Fürbleibende Gegner elf. Also hier ist nix mehr, oder? Nö. Okay, dann sind hier oben. Ja. Noch ein Elite-Gegner. So. Ja, einen Bogen brauche ich doch nicht. So. Ah, noch ein, eine prächtige Truhe. Ich sage immer goldene Truhe. Unaufhörlicher Angriff. Hm. Und sonst nichts mehr. Okay. So, also. Hier müssen wir Engel befreien. Da haben wir schon mal zwei. Da haben wir schon mal zwei. Die muss ich nicht besiegen. Immer diese Stunner. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Es ist einfach unbonuset hier. Kommt man kurz ein bisschen in diese OP-Angriffen, kann ich draus irgendwie. wie der Charakter auch eben angegriffen hat. Ah, ist man schon tot. Was ist da los, hey? Blizzard und Balancen geht man gar nicht in. Da muss noch ein bisschen mehr gemacht werden, Blizzard. Nicht so weit, weil die mir vorausdenkt. Blizzard macht einfach, hat einfach das Problem, dass sie immer extrem breiten Content bringen, dass sie nichts schaffen zu balancen. Und, ähm, ja, sie schaffen es einfach nicht zu balancen, dass man auf Meister schon Hochstufe spielen kann. Man kommt nicht hoch auf Meister, so. Ich will sie eigentlich nur aus Showzwecken so hoch, sonst levelet ich auf Profi oder auf Schwerspielen. Und das will ich ein bisschen schneller vorwärtskommen. Das will ich auch. Aber dass man dann kaum, kaum, kaum irgendwo rein so viel Schaden bekommt, dass man nicht mal einen Heidtrank saufen kann, ist schon ein bisschen blöd. soo, da in der Mitte, okay. Sind wir halt wieder gestorben? Komm, dafür sterben wir dann in Level 70 nie mehr. Ja, dann schau, ich komm einfach nicht raus. Man sieht so schlecht, dass der Feuer speit. Aber die ganzen sind nur der Ton. Nur der Ton. Nun gut. Noch zwei. Mag ich nicht die Gegner. Die sind so extrem schwach auf Level 70. Aber hier sind sie mega stark. Wenn man einfach nicht die Items bekommt, man bekommt halt auch die defensiven Items nicht, wenn man zu schnell hochlevelt, weil man zu wenig findet. Das sind ein bisschen Kritikpunkte in Diablo 3. Aber hey, es ist schon mal auf einem guten Weg, immerhin besser zu werden. Also, schlecht ist es ja deswegen nie Diablo 3. Aber, es hat eben diese Macken. Diese, ähm, Entwicklungsmacken sozusagen. Weil die Entwickler einfach zu viel wollen, aber, ja, das Wichtigste eigentlich nicht machen. das Balancing und, so. Darum gibt es ja auch diese OP-Sets, wo niemand das Weiß erreichen kann. Wenn man die hat, ist man zu OP. Wenn man sie nicht hat, ist man zu wenig OP. Ja. Das ist leider so. Aber hey, Diablo 3 macht irrsinnig viel Spass. Auch wenn es immer das Gleiche ist. Es macht irrsinnig viel Spass. Und, schon fertig. Okay. Tötet Hammer. Das ist eigentlich relativ schnell gemacht, weil die Gebiete kurz sind. So. Die machen auch relativ Schaden mit dem Geschoss. Ballastik-Geschoss. Mörser kann es schon sein. Hm. Okay, da finden immer irgendwie unentschärbliche Königteile. Spielt eigentlich nur noch jeder Barbar, Mönch oder Templer oder so. Momentan ist es recht schlimm. Mit dem Dämonenjäger bin ich eigentlich alleine am Spielen von dem Clan. Und Zauberling findet man auch nicht mehr. Hexen-Doktor finden wir noch ein bisschen. Ja. Auch ganz, ganz wenig. Also es sind eigentlich Dämonenjäger und ja, Templer, also Tempel Dinge, Kreuzritzer die wenigsten gespielt. Und dann kommt Hexen-Doktor und dann die zwei Grossen. Und eben Zauberin ist auch relativ weit unten. So, komm. Hey, nein, was hast du für eine Reichweite? Geht mal gar nicht. Gebt mir mal wieder Geisteskraft. Ah, wenn man nicht rankommt, weil man eingesperrt ist, kann man auch keine Geisteskraft erzeugen. Hm, Mist. So, das geht so schnell. Was sollen wir da noch machen? Ein Rift. Wir sollten schon Rift wegen den Items dann wieder machen. Machen wir noch ein Rift. Nicht schon wieder die... Ich finde kein gutes Item mehr. Ja, das ist besser. Das können wir auch austauschen. Oder das. Dann kommt das. Hm. Ja, dann machen wir das auch weg. Dann haben wir gar keine Dinge mehr. Krallen. Aber eben ein bisschen stärker. So. Hm. Da vorne ist er. Ja, schon wieder sein. Oh. Mal nur mit Geisteskraft erzeugen angreifen. damit ich für ihn ein bisschen mehr habe. Und dann draufhauen. So, elf Gegner. Taktisch spielen gerade wegen dem Flammenwerfer. noch drei. Und die sind natürlich weit weg. Noch einen. Hm. So. Nächstes. Für Fluchte anhöhe. Was ist das? Läuter den verfluchten Schrein. Der müsste nur hier im Norden sein. Aber wo? Nein. Nicht einfrieren. Mag ich nicht. Danke, aber ähm. Bin ihr nicht unfair sein mit zwei Elite? Hm. Habt ihr mich verstanden? So. Weg da. Rückstoß. Blöder Rückstoß. Und da auch. Ha 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 ha. So. Geschafft. Aber zeigt mir jetzt den Schrein links oben. Ah. Es geht immer so lange bis es angezeigt wird. Sonst gehen wir ganze Zeit in einen anderen. Oh, einer spielt mal D H. Okay. Oder W. W.D. Ah, W.D. So. diese Abkürzungen verstehe ich noch nicht so ganz. Also Witch Doktor Hexenjäger Hexen Doktor so. So. Ah. Es ist schwer so ein bisschen an die Namen und so zu gewöhnen wenn man nicht durchgehend immer spielt. Also ich mache immer große Pausen dazwischen damit ich ähm ja auch Zeit habe für andere Games. Ich bin nicht so ein durchgehender Fan von Diablo 3. Bei Diablo 2 würde ich länger dran bleiben. muss ich jetzt noch länger dran bleiben. Okay. Und wo habe ich die Items? Nein. Nicht in diese Richtung. Komm ey. Dankeschön. Wow. Endlich ein Legendary. Gleich mal auspacken. Gleich mal auspacken. Okay. Dankeschön. Sonst nichts Wäschers. Dann kann ich den hier da reintun. Brauche ich noch rote bitte? Nächste Runde. Komm nur die Okay. Habe es noch geschafft. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Habe schon ein paar Probleme mit der Geisteskraft gehabt. Ja, das schaffe ich nicht. Ah, doch. Aha. Ja, Zeit ist abgelaufen. Okay, nicht geschafft. Gut, aber dafür fertig. Ja, der Schwierigkeitsgrad ist jetzt zwar vom Schaden her nicht so hoch, aber vom Schaden bekommen ist er natürlich. Und es reicht halt einfach nicht, auch vom Schaden her jetzt so Tempelschreine zu schaffen. So, wow. Wow, mal hätte ich das Gutes gefunden. Zwei Setpläne. Wächter, Dämonenfell, die verlorenen Jungs, das ist Stiefel. Okay. Gut. Energiefälle von Do. Das ist jetzt wieder Zweihand. Nehme ich nicht. So, also jetzt haben wir zwei von denen gefunden. Ja, zwei, drei haben wir schon immer gefunden. Jetzt möchte ich gerne den hier reintun. Und den hier rein. Da haben wir wieder mehr Schaden. Und da können wir mal ein Kopfgeld machen. Also den, wie sagt man, Blutsplitter halt einfach. Und dazu, ja, das niedrigste 27, die Handschuhe. Das kann ich mir nicht leisten. Ja, danke. Sehr nett. Kann ich gerade gleich mal verkaufen. So. Jetzt muss ich schauen. 18. Was sollen wir noch machen, diese? Hm. Soll ich ein paar ein bisschen weniger machen? Weil jetzt bringt es nicht mehr, einen Rift zu machen. Wir könnten hier vielleicht einen Gegner töten. Wollen wir Maltail nochmals probieren? Nein, nicht auf Meister. Ähm. Komm, wir machen Gumm. Einfach zum Spaß. Aber wir laufen durch. Also mal schauen, wo der Gumm denn wohnt. Sicher irgendwo hier. Na? Gumm? Hallo? Ach so, finde ich sie nicht, wenn da ein Weg Abzweigung ist. Hm. Okay, er muss doch rechts. Nein, er muss links sein. Dann müssen wir dort. Hä? Müssen wir hier entlang? Also hier geht es ja nicht weiter. Hm. Dann hier durch. Oh, ja. Dankeschön, aber ich habe keine Zeit. Komm, komm. Ja, das ist der Richtige. Da muss ich ein Ding anmachen. Da ist denn der Wind. Und. Komm, besiegen. Komm. Das schaffen wir. Dankeschön, Fettsack. Aber ich brauche deine Animationen. Gleich mal draufhauen. Zwingt dann zu stinken. Wir bekommen echt viel Schaden. Regenieren ist ja. So, und? Der ist immer leicht. Der war mal richtig schwer. Also, das Gift war mal richtig stark bei ihm. Und nicht seine Angriffe. Oh, schön. Noch eine Belohnung für uns. 8.1.1%. Ja, natürlich. Mech. Oh, schade. Wir haben keinen Sockel drin. Naja. Also. Nächsten Part. Dann wieder Rift. Und dann sind wir hoffentlich bald. Level 70. Dann geht es richtig los. Und ähm. Ja, mal schauen. Oh. Aber wo geht das Licht? Brauchen wir natürlich. Ähm. Hier müssen wir hin. So. Okay. Also, dankeschön für das Schauen dieses Partes. Der nächste kommt so gleich. Ja, morgen. Tschüss.